Zeit gegrüßt zu dieser Geschichte am zweiten Adventssonntag. Auch diese Geschichte stammt, wie schon die Gauklermaus aus der Feder von der Katrin. Klara und die Zaubermaus Aufgeregt rennt Klara durch das Haus. Sie kann es kaum erwarten. Wann geht's endlich los? fragt sie noch einmal. Ihre Mutter stöhnt genervt, aber mit einem Lächeln in den Augen, nicht vor dem Frühstück. Also setz dich endlich hin, meint sie. Schnell setzt sich Klara auf den Stuhl am Esszimmertisch. Ungeduldig wackelt sie darauf herum. Klara, tadelt jetzt auch ihr Vater. Ich esse ja schon, sagt Klara. Schnell löffelt sie ihr Müsli in sich hinein. Ihre Beine wackeln dabei weiter vor und zurück. Ihre Eltern schütteln nachsichtig die Köpfe. Eine Stunde später ist es endlich soweit. Es geht los. Auf der einen Seite hat Klara ihre Mutter an der Hand, auf der anderen ihren Vater. So gehen sie gemeinsam zum Bahnhof. Guten Morgen, grüßt ihre Nachbarin. Sie arbeitet gerade im Garten. Guten Morgen, grüßen Klara und ihre Eltern zurück. Du strahlst ja richtig, spricht die ältere Dame Klara an. Das Mädchen grinst ihre Nachbarin noch fröhlicher an. Wir gehen zum Markt, antwortet Klara aufgeregt. Zum Markt? Was denn für ein Markt? Verwundert schaut die Dame Klara an. Der Mittelaltermarkt, der gerade in der Stadt stattfindet, erklärt Klaras Vater. Ach ja, ruft die Dame aus. Davon stand etwas in der Zeitung. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke, sagen die drei gemeinsam. Dann geht's endlich weiter. Im Zug setzt sich Klara gleich ans Fenster. Die Sonne lacht vom Himmel und draußen gibt's so viel zu sehen. Viele unterschiedliche Häuser, Straßen, auf denen Menschen laufen, Spielplätze mit Kindern, Bäume, Autos. Am fasziniert, dass sie ganz vergisst, wo sie überhaupt hinfahren. Bis ihre Mutter sagt, Klara, kommst du? Wir müssen gleich aussteigen. Da fällt es Klara wieder ein. Der Markt. Sie springt auf und läuft zu ihren Eltern. Viele Menschen steigen mit ihnen aus. Der ganze Bahnsteig ist so voll, dass man selber kaum Platz zum Gehen hat. Und überall sind Züge. Klara klammert sich ganz fest an die Hände ihrer Eltern, damit sie nicht verloren geht. Sie steigen eine Treppe hinunter in eine riesige Halle. In alle Richtungen gehen Treppen nach oben zu den anderen Gleisen. Viele Leute benutzen auch die Aufzüge daneben. Am Ende der Halle steigt Klara mit ihren Eltern eine breite Treppe wieder hinauf. Draußen gehen sie noch eine ganze Weile auf riesigen Wegen zwischen breiten Straßen, vielen Autos und sehr vielen Menschen umher. Bis sie schließlich vor einem hölzernen Torbogen stehen. Rechts und links sind die Rückseiten von hölzernen Ständen. Oben auf dem Bogen liest Klara das Wort Mittelaltermarkt. Aufgeregt hüpft sie auf und ab. Der Markt ruft sie. Wir sind endlich da. Ihre Eltern lachen. Zusammen treten sie durch das Tor und befinden sich in einer anderen Welt. Es sind immer noch viele Menschen um sie herum, aber hier tragen einige ganz andere Kleider. Aus Wolle und Leinen, mit langen Westen, die bis zu den Knien reichen. Sogar bei den Männern. Die meisten haben naturfarbene oder braune Sachen an, mit Gürteln, an denen lederne Taschen und Hörner hängen. Leute mit Fell um die Schultern, Bögen in der Hand oder Schwerter am Gürtel. Mit großen Augen schaut Klara alles an, aber jeder lächelt ihr freundlich zu. Die Wege führen zwischen den Ständen hindurch mit Ketten und Schmuck, Werkzeugen, Utensilien aus Holz und Wolle. Lange steht Klara mit ihren Eltern bei dem Schmied und beobachtet, wie er immer wieder auf ein Stück Metall schlägt und daraus eine eiserne Brosche formt. Auf einem großen Platz sieht Klara einen Mann mit bunten Hosen. Er stellt gerade ein Schild in ein Gebilde, das wie eine Burg aussieht. Darüber ist ein grünes Dach mit roten Wimpeln und ein Banner auf dem Mäuserulett steht. Was ist das denn, denkt Klara. Schnell zieht sie ihre Eltern hinüber zu dem Mann, der wohl gerade gehen will. Hallo, sagt sie dann zu ihm. Der Mann schaut Klara mit einem großen Lächeln an und grüßt zurück. Was ist das denn, fragt Klara, indem sie auf den Stand mit der Burg zeigt. Das ist das Mäuserulett, antwortet der Mann und lacht, als er Klaras verständnislosen Blick sieht. Schau her, spricht er weiter. Dabei hebt er Klara hoch und stellt sie auf einen Tritt an der Seite des Standes. Jetzt kann sie in die Burg hineinschauen. Darin sind viele bunte Häuschen mit kleinen Bögen an der Vorderseite als Eingang. Das sind 13 Häuschen, erklärt der Mann. Du kannst auf eines der Häuschen setzen, indem du einen Einsatz auf den Wehrgang über dem Häuschen legst. Dann setze ich die Maus in das Roulette und wenn sie in dein Häuschen läuft, gewinnst du eine Zaubermaus. Klara staunt. Eine Zaubermaus? Sind das echte Mäuse? Diejenigen, die ich in das Roulette setze, ja. Darf ich die mal sehen, fragt Klara. Der Mann geht mit ihr an die Rückseite des Standes. Dort ist eine Klappe mit vielen kleinen Löchern drin. Mit einem Schlüssel von seinem Gürtel schließt der Mann auf. Dann klappt er die Klappe herunter. Dahinter ist Stroh und kleine Augen sehen Klara an. Sie lacht, als die Mäuse anfangen, in den Gehegen herumzuspringen. An den Seiten sieht sie kleine Wassertränken hängen. Darf ich die mal streicheln? fragt Klara. Hm, macht der Mann. Mal sehen, was die Mäuse dazu sagen. Er führt Klara näher heran. Dann streckt sie vorsichtig ihre Hand aus. Erst einmal passiert gar nichts. Dann schaut auf einmal eine weiße Maus neugierig heraus. Sie schnuppert in die Luft und ist wieder weg. Gleich darauf kommt sie wieder, schnuppert an Klaras Hand und ist wieder weg. Das geht ein paar Mal so, bis die Maus plötzlich auf Klaras Hand läuft. Klara lacht. Die kleinen Pfötchen kitzeln sie an der Hand, während die Maus darauf hin und her läuft. Ihr weißes Fell glänzt in der Sonne. Wie viele Mäuse haben sie? fragt Klaras Vater. Insgesamt acht, antwortet der Mann. Vier habe ich momentan dabei. Die anderen sind zu Hause in ihren Terrarien. Klara stutzt. Sie sind allein zu Hause. Aber da füttert sie ja keiner. Der Mann lächelt. Wilde Mäuse müssen sich überall ihr Futter zusammensuchen. Deswegen verteile ich meinen Mäusen das Futter in ihren Terrarien, damit sie es sich selbst suchen können. Sie bekommen immer genug davon, dass es für mehrere Tage reicht. Also ist genug da, bis ich wieder zu Hause bin. Schau, in den kleinen Gehegen ist das auch so. Er greift hinein und holt etwas von der Streu heraus. Darin findet Klara viele kleine Stückchen. Das sind Möhren, Gurken, Paprika und viele andere essbare Sachen. Ach so, sagt Klara mit großen Augen. Darf ich auch mal spielen? Der Mann lacht. Sehr gerne doch. Aber jetzt mache ich erst mal etwas Pause. In einer halben Stunde bin ich wieder da. Klara setzt die Maus in das Gehege zurück. Wie heißt die weiße Maus? Nanuku, antwortet der Gaukler. Danke, sagt Klara. Dann geht sie mit ihren Eltern weiter. Sie darf in einem Karussell fahren, das Männer über ein Rad in Gang bringen. Ein Stück weiter übt sie sich mit Pfeil und Bogen und anschließend bekommt sie eine große Portion Quarkbällchen. Die sind herrlich lecker. Trotzdem bittet sie ihre Eltern immer wieder, doch noch einmal zu den Mäusen zu gehen. Als es dann endlich soweit ist, ist der ganze Stand voller Menschen. Überall um die kleine Burg herum stehen Kinder auf den dritten. Klara drängt ihre Eltern zur Eile. Gerade so ergattert sie noch einen letzten freien Tritt. Der Mann erkennt sie und grüßt sie herzlich. Auf welches Häuslein möchtest du denn setzen, fragt er. Klara schaut sich die Häuschen an. Nur die Käserei und die Schmiede sind noch frei. Auf alle anderen wurde bereits gesetzt. Sie legt ihren Einsatz auf den Wehrgang über die Schmiede. Dann wartet sie gespannt. Der Mann holt Nanuku heraus. Er erzählt eine Geschichte über sie, während die Maus ihm über die Arme und die Schulter klettert. Anschließend setzt er die Maus in die Mitte der Burg zwischen die ganzen Häuschen. Das ist doch Tierquälerei, ruft plötzlich ein Mädchen aus der Menge heraus. Die Maus ist ja total verwahrlost. Da dreht sich Klaras Vater zu ihr herum. Das stimmt nicht, sagt er. Ich bin Tierarzt und habe mir die Mäuse hier schon anschauen können. Sie sind alle wohlgenähert, haben klare Augen und glänzendes Fell. Im Umgang habe ich keinerlei Mängel feststellen können. Die Leute sind mucksmäuschenstill. Alle starren Klaras Vater und das Mädchen an. Das Mädchen wird ganz bleich. Ruckartig dreht sie sich um und geht. Alle richten ihre Blicke wieder auf das Roulette. Nanuku stellt sich erst einmal auf die Hinterbeine, dann läuft sie zum Rathaus, schnuppert aber nur daran. Und weiter läuft sie. Die Menge hält den Atem an, als Nanuku ihre Nase in die Bäckerei steckt. Aber auch in dieses Häuschen geht sie nicht hinein. Bei der Kirche klettert sie erst einmal aufs Dach hinauf und plötzlich, ganz unvermittelt, springt sie hinunter und flink in die Schmiede. Wir haben eine Gewinnerin, ruft der Mann. Dann holt er eine kleine weiße Maus aus Stoff hervor. Als Preis erhältst du deine Zaubermaus. Strahlend nimmt Klara die kleine Maus entgegen. Zu Hause bekommt diese einen Ehrenplatz, direkt neben Klaras Bett. Klara tauft sie dann auch auf den Namen Nanuku. Das war's mit dieser zweiten Geschichte am zweiten Adventssonntag. Ich hoffe, euch hat's gefallen, hat Spaß gemacht, mir hier zuzuhören. Danke nochmal an Katrin für die Geschichte. Wer wissen will, was an dieser Geschichte Wahrheit ist und was Fantasie, der kann ja mal auf meine Internetseite schauen und zwar auf der Startseite da ganz nach unten und immer wieder auf das Jahr davor klicken. Irgendwann kommt ihr dann zu einem Jahr, wo sich diese Geschichte beziehungsweise eine solch ähnliche Geschichte zugetragen hat. Mehr möchte ich jetzt aber an dieser Stelle nicht verraten. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen zweiten Adventssonntag. Genießt diese Zeit und gehabt euch wohl.